In der heutigen Zeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, um fehlende Z-Ani zu ersetzen. Eine beliebte Option dafür ein Viertel eher sind Zahnbra ein Viertelzecken. Aber was genau sind Zahnbra ein Viertelzecken und welche Vorteile bieten sie im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden? In diesem Video werden wir uns genauer mit diesem Thema auseinandersetzen. Zahnbra ein Viertelzecken sind feste Prothesen, die dazu dienen, eine oder mehrere fehlende Z-Ani zu ersetzen. Sie bestehen aus einem oder mehreren K ein Viertel in estlichen Z-Ani, die von Kronen umgeben sind, die auf den benachbarten nata ein Viertelrichen Z-Ani befestigt werden. Dies ärmer glicht eine feste und dauerhafte Lassung, um das Latschellen und die Zahngesundheit wiederherzustellen. Einer der GAA-eiten Vorteile von Zahnbra ein Viertelzecken ist ihre Arztetik. Die K ein Viertel in estlichen Z-Ani werden individuell angefertigt, um perfekt zu den nata ein Viertelrichen Z-Ani zu passen. Dadurch wirken sie besonders naturgetreu und unauffällig, sodass sie das Aussehen des Latschellens deutlich verbessern kann ihn. Im Vergleich zu herausnehmbaren Prothesen sind Zahnbra ein Viertelzecken also eine sehr astetische Lassung, die das Selbstbewusstsein und die Lebensqualität der Patienten steigern kann ihn. Ein weiterer Vorteil von Zahnbra ein Viertelzecken ist ihre Funktionalität. Durch die feste Verankerung auf den nata ein Viertelrichen Z-Ani in ärmer glichen sie ein sicheres Kauen und Sprechen, ohne dass sie herausgenommen werden ma ein Viertel-S-N. Dies bietet den Patienten eine GAA-eire Bequemlichkeit im Alltag und ärmer glicht es ihnen, wieder uneingeschra in K-T zu essen und zu sprechen. Zahnbra ein Viertelzecken kann ihn auch dazu beitragen, die Gesundheit der umliegenden Z-Ani zu erhalten. Wenn eine Zahnle ein Viertelzeckai nicht behandelt wird, kann ihn die benachbarten Z-Ani allmeilig in die entstandene Le ein Viertelzeckai wandern, was zu einer Fehlstellung der Z-Ani F1V rennen kann. Dadurch kann ihn weitere Zahnschaden oder sogar Zahnverlust entstehen. Durch die Verwendung von Zahnbra ein Viertelzecken wird die Stabilität der angrenzenden Z-Ani erhalten und das Risiko von weiteren Komplikationen minimiert. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Zahnbra ein Viertelzecken ist ihre Langlebigkeit. Mit einer guten Mundhygiene und regelma-eigen Zahnarztbesuchen kann ihn Zahnbra ein Viertelzecken viele Jahre halten, bevor sie ersetzt werden ma ein Viertel-S-N. Dies macht sie zu einer langfristigen und kosteneffektiven Lassung FA ein Viertel eher den Ersatz fehlender Z-Ani. Zudem sind Zahnbra ein Viertelzecken eine schnelle und effiziente Behandlungsmethode. Im Vergleich zu Implantaten, die einen langjährigen Heilungsprozess erfordern, kann in Zahnbra ein Viertelzecken in der Regel innerhalb weniger Termine beim Zahnarzt eingesetzt werden. Dies ärmer glicht es den Patienten, schnell wieder ein funktionierendes Gebiss zu haben und ihre Lebensqualität zu verbessern. Ein weiterer Vorteil von Zahnbra ein Viertelzecken ist ihre hohe Erfolgsquote. Bei richtiger Pflege und regelma-eigen Kontrollen beim Zahnarzt kann in Zahnbra ein Viertelzecken viele Jahre lang ohne Probleme halten. Dies gibt den Patienten die Sicherheit, dass sie sich auf eine zuverlassige und effektive Behandlungsmethode verlassen kann ihn. Insgesamt bieten Zahnbra ein Viertelzecken also viele Vorteile, die es zu einer beliebten und effektiven Lassung FA ein Viertel-R den Ersatz fehlender Z-Ani machen. Ihre Art Stetik, Funktionalität, Langlebigkeit und Effizienz machen sie zu einer attraktiven Option FA ein Viertel-R Patienten, die ihr Latschellen wiederherstellen und ihre Lebensqualität verbessern. Es empfiehlt sich jedoch, vor der Entscheidung FA ein Viertel-R eine Zahnbra ein Viertelzecken mit einem Zahnarzt zu sprechen, um die individuellen Bäder ein Viertelzecken zu besprechen.